Und damit herzlichst Willkommen zurück hier bei Faktorio. Ähm... Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich weiß, was ich vergessen habe. Und zwar... Grafiken aus Richtung der Klick-Roboter-Anzeigen. Das wurde sich ein bisschen gewünscht oder wurde gefragt, dass man nicht reinmachen kann. Ähm... Möglich. Spart man sich es halt eben mit der Maus, rüber zu gehen und zu gucken, in welche Richtung sie gehen. Genau, das war es nämlich. Haha. Brainback 2000. Vollbracht. So... Als nächstes würde ich gerne eine Produktion ankurbeln, bei der ich jetzt gerade sagen muss. Ich habe keine Ahnung, ob die da hinpasst. Aber ich glaube, wir haben das ja schon mal ausgemessen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich das Band noch so lange machen. Und hier runter zu Stadasko, äh, Plastik bringen lassen. Oho. Denn die Aliens greifen mich an einer total falschen Stelle gerade an. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nein, 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 nein. Die haben die Türme alle kaputt gemacht. Ach, du grüne Neune sind das 15 Millionen Viecher. Och Gott, nein. 12 Millionen. Wo wollen die denn hin? Hallo? Hä? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ah, nein, 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 nein. Nicht verarschen, nicht verarschen. Nein, 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 nein. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden... Yeah. Niederlage. Tja, wenn man stirbt, ist das Spiel vorbei. Tja, das war es. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich schon auf die... Man könnte natürlich auch laden. Zum Beispiel... Den... Original Speicherstand. Und dann eben sagen, okay... Ähm... Gibt mir mal ein paar Lasertürmchen. Ah, super. Ich habe natürlich gespeichert und dann abgewartet... Äh, nicht abgewartet, bis ich die Dinger fertig habe. Und habe dann erst gespeichert. Äh, nee, irgendwie so ein bisschen blöde. Äh, Kinder der Nacht. Äh, was habt ihr mit mir nur gemacht? Gut, wir brauchen von denen. Ja. Okay, und... Habe ich Mauern zufällig dabei? Jawohl, sehr viele Mauern sogar. So, das war jetzt natürlich episch. Ei, ei, ei. So. Mein erster Tod. Yay. Eins, zwei, drei. Ich komme von meiner vollkommen falschen Richtung. Ich komme sowas von meiner vollkommen falschen Richtung. Ich glaube, das sind wieder hier, ne? Ich denke schon. Okay. Dann bauen wir das Ganze natürlich ein bisschen woanders auf. Weil, das gefällt mir gar nicht. Wir müssen unbedingt... Oder was heißt wir? Ich muss unbedingt schauen, dass ich gegen diese Viecher recht gut vorankomme. Hm. Na, komm, dann machen wir das anders. Ich brauche nämlich erst so den Großen dort oben. Äh, witzig, ne? Na gut, die Frage ist halt, wie kommen die rüber? Ich hätte schon eher gesagt, wir machen das so. Drei dahin. Dann haben wir auch Gott sei Dank noch ein paar Reparaturstifte. Das will ich jetzt auch noch schnell automatisieren. Ja. Ja, ja. Ich wollte heute zwar die Forschungspakete der Stufe 3 angehen. Allerdings gibt es so zwei, drei Produkte, die ich vorher auch noch gerne automatisieren würde. So in erster Linie, äh, Motoren, wo wir brauchen. Die kann man nämlich eh nur in Fabriken herstellen. Also da kommen wir gar nicht drum herum. Dann will ich doch die Öfen automatisch herstellen lassen. Weil wir im Verlaufe des Spiels einfach doch noch einen Haufen brauchen. Wir brauchen mindestens 20 Stück für Kupfer. Wir brauchen 20 Stück für Eisen. Also, äh, das ist nur das, was... Oh, cool. Das ist ja nun mal das, was wir standardmäßig brauchen. Nun kommt natürlich noch die ganzen anderen Sachen dazu. Für einzelne Produktketten, wo man immer wieder mal Stahl braucht. Da muss man natürlich auch dran denken. Und ich muss mir eine neue Steinquelle suchen. Das ist jetzt eher unpraktisch. Weil Mauern werden wir noch sehr, sehr, sehr viele... Ups, brauchen. Jetzt haben wir da hinten wieder angegriffen. Ähm... Ja, gut, komm. Wir können... Achso, ich müsste ja bis dahin irgendwie kommen. Wäre nicht schlecht, zumindest wenn das klappen würde. Also gut, dann so und so. Oben holen wir das mal rein. Hey, hör mal. Uff, zippst du eine Tür mit... Ah. Ja gut, Mauern. Äh... Das weg, das weg. So, ja, ich komm ja schon. Ich bin ja auf dem Weg. Weg, ja, ist schön. Ich habe so die Vermutung, die haben keine Munition mehr. Was natürlich eher schlecht ist. Es wird Zeit für ein Auto. Hier läuft mir irgendwo ein Tank voll. Ah, Light Oil ist voll. Habe ich gerade schon im Augenwinkel gesehen. Äh... Da, 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 da schammt aber... Ah, nee, das ist nur dieses Dreieck, was da herumläuft. Sehr schön. Das gefällt mir, dass mit dem Eis, wenn es so voll ist. Ich würde dann, ja, ich habe ja ein leichtes Positionsproblem, wo es hier so laut ist. Rede ich mal ein bisschen lauter. Ich könnte jetzt ein Spiel natürlich unterregeln, aber auch Schluss. So, weg, 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 weg und weg. Ich habe das zwar nicht so gerne, äh, so früh schon Lasertürme zu benutzen. Allerdings... Ja, man sieht's ja. Wenn man da nicht irgendwie permanent Munition hineinbekommt, ist es eher schlecht. Und... Gegen später finde ich die Lasertürme allgemein etwas besser. Weil sobald ich anfange, hier die Alien-Nester auszuräuchern, was wir machen... Machen müssen sogar, äh, wird die ganze Sache nämlich schon wieder ein bisschen anders aussehen. Okay, gibt mir mal von denen. Jetzt will ich noch ein paar Türme fix aufbauen und danach allerdings wirklich... Dings bauen. In Fabriken. So. Jetzt hat Mauernhann ich noch. Da brauchen wir jetzt hier vorne noch eine Doppelte. Dann brauchen wir natürlich Batterien für die Lasertürme. Von den Kosten her sind natürlich die MG-Türme mit der Panzerbrechenden Munition. Ob die jetzt dann so viel günstiger wären, bin ich mir noch nicht mal so sicher, ja. War ja mal die... Oder was heißt, war mal die... Ist ja die Diskussion derzeit am Laufen mit dem Wert für den Goldkoloss. Hallöchen! Und... Äh, mal den Fisch hier essen. Ah, links geht einfach. Okay, wusste ich ja noch nicht, wie das geht. Und... Ja. Na, da kommen halt immer wieder welche Antikonfin dort oben. Mir soll das recht sein, dass die da hingehen. Das bedeutet, das klappt schon mal soweit. Ja, und... Boah, guck dich mal an, wie viele Batterien wir da haben, ey. Super geile Angelegenheit. Das wollen wir dann auch gleich noch automatisieren. Das wird doch so ein bisschen... Äh, mal gucken, wie ich das dann mit dem Band da löse. Mit Umständen lohnt sich das gleich irgendwie anders zu bleiben. Na, mal gucken, wir könnten es auch da... Na, ne, da will ich es nicht wegmachen. Jetzt, Sottle, erst mal... Oh, brauchen natürlich auch Stahlträger. Ja, gut, okay. Panzerbringende Munition und Stahlträger brauchen die auch. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Schau an, schau an, schau an, ne? Ja, dann müssen wir auch mal durch einen neueren Ofen ersetzen, weil Stahlträger werden wir im Verlauf des Spiels so viele brauchen. Das ist... Und warum mache ich das? Ich meine, ich habe... So viele... Einfache Computerchips... Dinger, Teile da, dass ich die doch gleich holen könnte, anstatt das so zu machen. Okay, wir werden jetzt mal die Laserturm-Feuerrate erhöhen. Das braucht nur die kleinen Forschungspakete, was eine tolle Angelegenheit ist. Reparieren wir hier mal die Mauern. Wird schon werden. So. Nein, 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 nein. Achso, ich habe keine mehr von den Teilen da. Die müssen wir auch noch herstellen. Ich glaube, die haben ja auch noch mal diese Blüten... Dinger da gebraucht, ne? Na, wo sind sie denn? Hallo? Cabo? Da. Ja, Nummer Zahn... Äh, Schaltkreise. Ja, gut, okay. Was soll's? Haben wir halt tausende Fabriken, die Schaltkreise herstellen. Aber früher oder später wird sich das auch noch rechnen. Hier läuft es auch schön voll. Und wenn wir schon mal in der Nähe sind... Licht. So. Und Gott sprach, es werde Licht. Worauf Chuck Norris sagte, sag bitte. Gott im Himmel. So. Sollten wir einigermaßen Safety sein. Sehr schön. Dann noch mal Eisenplatten aufsammeln. Wie ein blöder. Danke sehr. Jetzt. Es hat nämlich noch einen weiteren Vorteil, warum ich hier unbedingt... Ja, ich werde gleich vorbeischauen und nachschauen, dass wir da unten auch wirklich Munition haben. Ähm... Moment. Also, erweiterte Schaltkreise... Hier. Check. Einfache hier. Bitte mal das wegmachen. Wie gesagt, da werden wir dann eins rumgehen wahrscheinlich. Oder ein bisschen weiter hinten das Ganze rumlagern müssen. Das ist ja alles gar kein Thema. Wenn man unterirdische Fließbänder wegmacht, immer erst das Fließbänder wegmachen, das da hineinfährt. Weil das, was unter der Erde ist, das ist verloren. Das ist weg. Das ist Fujikado. Also, so wie hier ungefähr umgeschickt, ja. So. Lassen wir das ein bisschen weiter nach vorne laufen und gucken, dass wir dann hier halt irgendwie runterkommen. So, jetzt, dass ich intakt bleibe. Erweiterte. Einfache. Hm. Feuerrate mal, bitteschön. Das ist gut. Hm, 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 hm. Das geht so gar nicht. Ich brauche nämlich nicht die hier. Und für die brauche ich auch nochmal die einfachen. Jetzt machen wir hier mal das Band nochmal fix weg. Denn die anderen Türme würde ich nämlich gerne schon automatisiert haben. Ich habe hier oben nur nicht diesen Platz, den ich sonst als so habe. Ja, komm, jetzt, bevor da was passiert. Munition mal einladen, gehen wir doch schnell runter. Also, die Lasertürme will ich gerne automatisiert haben. Und ich mache jetzt dann erst da die Fabrikanlage, weil die ist wesentlich einfacher für die Motoren. Weil Motoren brauche ich, ansonsten laufe ich noch einen tausend kalten Wind an ihn und er. Und das ist, bäh. Ich habe eigentlich Autos gerne, auch wenn ich damit nicht fahren kann. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. So. Wir haben sogar noch ein paar MG-Türme. Das gefällt mir natürlich enorm. Ich kriege da nirgends mehr welche hin. Gut, ich könnte die natürlich platzsparenderweise auch so ein bisschen anders da aufbauen. Aber, oh mein Gott. Geht auch so. So und so. Und letzten Endes. Hätte ich ja doch in jedes 50 hinein machen können. Safety first, wie es so schön heißt, ne? Gut. Also. Hier oben brauchen wir noch einen Tank, damit wir da überhaupt weiter produzieren können. Weil Light Oil ist full. Ja, ein Petroleum kommt... ... dazu oder ab. Kann ja gar nicht sein, ne? Dass die dazu kriegen. Der ist leer, der ist leer, der ist leer. Ja gut, in den Rohren ist überall noch drin, ne? Machen wir so. Und wie man sieht, fangen die wieder an zu produzieren. Alle sehr schön. Gut. Dann. Hm. Brauchen wir auf alle Fälle eine Produktionsange... ... für... ... Motoren. Ich würde sagen, die greifen wir hier oben ab. Wir lassen das Ganze so eigentlich mal direkt rüber laufen. Okay. Für Motoren brauchen wir, das weiß ich noch, Rohre, irgendwas anderes und Motoren. Also stellen wir da hinten mal ein, die... ... Motoren. Das sind solche Bauteile hier. Genau, Rohren. Ah, Stahlträger, Mann. Stahlträger. Na, super. Dann... ... versuchen wir, die da rein zu quetschen. Ne, das ist blöd. Hm. Hm, 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 hm. Hm, hm. Machen das so... Können wir uns auch hier noch mal ein Stück weiter nach oben laufen lassen. Wobei hier muss ich ja dann auch noch... Ach, ne, das trenne ich da drüben ab. Das trenne ich da drüben ab. Machen wir das doch wirklich so. Du fährst hier weiter nach oben. Okay. Die Motoren. Da oben dann die Stahlträger. Ja, Feuerrate. Warum nicht? Bei Lasertüren muss man halt echt schauen, dass man genügend Strom hat. Das sollte ich dann auch gleich noch mal überprüfen. Ach so, Zahnräder war ja auch noch mal so ein Ding, ne? Sollte aber so weit aus... ...gehen. Dann die Teile hier, bitteschön. Also, hier rüber. Ich... Hm. Der war natürlich falsch. Jetzt den Ofen da oben hinsetzt. Einen langen hinsetzt, dann passt das doch schon mal. Sehr gut. Okay. Rodoren. Zahnräder. Und... Rohre. Dass sie immer so versteckt sein müssen, die Rohre. Das ist schlimm, ne? Hier hin, hier hin und hier hin. Da kommt noch ne Fabrik hin. Das ist ne Platzhalterfabrik. Wer hätt's gedacht. Einen intelligenten. Dahinten. Und jetzt am Schluss eigentlich nur noch Strom. Dann haben wir's. Fast. So weit. Und... Das ist wieder so blöd. Wann mal da hin. Und den Rest knallen wir da rein auf. Okay. Sehr schön. Gefällt mir's? Sehr gut. Bis jetzt. Dann das Ganze wieder an das rote Network. Anschließend. Die Bedingungen für Motoren. Bitte immer. 30. Ich brauch glaub 15. Wann mal 50. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. 30 oder 25. Ich könnte nachschauen. Aber ich bin ein viel zu fauler Kall dafür. Wir bekommen alles, was wir brauchen. Super. Okay. Das hätten wir zumindest mal geschafft, die Motoren. Jetzt brauchen wir, glaub ich, 15 Stück von denen. Jetzt bitte nochmal das Problem hier unten. Also die erweiterten. Und die brauchen die einfachen... Ich brauche tatsächlich frische Dinge. Wahnsinn. Halt hier unten bitte rein. Die alten... Jetzt hoffe ich die Fabriken hin. Ach. Den können wir abreißen übrigens. Weil... Ich möchte hier oben... Das Ganze haben. Gib mir mal eine grüne Kiste her. Hab ich keine, weil... Zu wenig Stahl. Sollte ich dann auch direkt mal neu angehen. Das Problem. Mach mal eins her. Weil Stahl werden wir so unendlich viel brauchen. Das ist... Das wird alles so langsam hergestellt. Das ist... Noch viel mehr... Bäh. So. Für... Rohre... Ich sagte Rohre, nicht Züge. Für Rohre, bitteschön. Habt mal 100 auf Lager. Ja, das lang... Das langt dicke mittlerweile. So viele brauchen wir gar nicht mehr. Also gut. Nochmal hier unten. Wir brauchen die erweiterten. Dafür brauchen wir die einfachen. Höher auf zu nerven. Ah ja. Weswegen wir hier nochmal Kupfer brauchen. Und das Ganze muss letzten Endes... Ach so. Ich weiß, welche Fabrikanlage ich gerade gesucht habe. Aber gefunden habe. Bitte... Hierfür... Nochmal eine bauen. Ich werde nicht drum rumkommen, das Eisen von dort oben nochmal abzugreifen. Hier runter zu schaffen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich bin gerade mal überlegen, wenn ich das drehe und sage... Mach mir hier die da. Dann komme ich immer noch nicht so weit rüber, wie ich gerne wünschen würde. Hier die rein. Zumal ich kann dann... Da schon wieder keine Kiste... Naja gut, das war Blödsinn. Ich kann das ja so machen. Ich kann... Dann könnte ich... Wenn ich nochmal einen Intelligenten baue... Und gebe mir jetzt unbedingt mal ein paar Schaltkreise her. Ansonsten drehe ich hier noch durch. Sollten meine Probleme vorerst mal erledigt sein. Weil erweiterte Schaltkreise brauchen wir so unendlich viele. Deswegen macht das eigentlich fast Sinn zwei zu haben. Ich weiß, ich weiß, es gibt da was anderes. Allerdings, das haben wir noch nicht. Und ich hätte die schon blieben gerne jetzt irgendwie. Wir könnten es auf die primitive Art und Weise vorerst lösen. Ich glaube auch, da wird mir vorerst nichts anderes übrig bleiben. Außer... Ja, ich muss das dort oben auch noch umbauen. Dass wir da mehr Eisen rankriegen. Ich glaube, um den Umbau komme ich nicht drum herum. Machen wir den bevor wir natürlich die neuen Forschungspakete angehen. Dann haben wir es ein bisschen einfacher. Glaube ich. Hier hin und hier hin. Ähm... Das war falsch. Jetzt brauchen wir natürlich das Gerät, das da drinnen produziert werden soll. Dann rüsten wir den da nochmal um. Weil einmal werden wir echt nicht drum herum kommen. Hier rein. Und dann gehen wir direkt genau hier runter. So. Den muss ich ja lassen. Weil ich ja jetzt nicht mehr unirdisch dort ran fahre. Nee, ich war gerade am, 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 am überlegen. Aber das klappt ja da oben mit den Batterien nicht mehr. Ähm... War ja jetzt gerade eigentlich total falsch gedacht, ne? Na gut. Na gut. Bleibt mir ja so gesehen ja vorerst... Äh... Jetzt klappt das dann natürlich nicht mehr. Nein. Stimmt, das Problem hätte ich ja das letzte Mal schon gehabt. Äh... Ich bin so ein Held vom Eckbeerfeld. Ja, super. Und da produzieren wir... Ja, ich muss das Eisen. Ich muss das Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Allerdings brauche ich hier jetzt einen intelligenten Knickarmroboter. Jetzt will ich zumindest mal die eine Sache hier schnell hinkriegen. So, jetzt weiß ich, warum ich auf die Idee gekommen bin, so das zu machen. Also, sehr schön. Muss man auch erstmal drauf kommen. Eisen. Bitte nach unten. Nö, da werde ich doch nicht... ...machen. Gib mal mal einen langen her. So, jetzt war ich das mit dem Eisen, so wie ich mir das so halbwegs gedacht habe, zumindestens mal. Hierhin. Und da komme ich natürlich nicht bis dort hinten durch. Das war mir schon fast klar. Das weg, das weg, das weg und das weg. Wir brauchen ja so oder so dann früher oder später panzerbrechende Munition. So viel kann ich schon mal verraten. Und jetzt kriegen wir hier oben definitiv mehr Eisenplatten an. Hier unten das, was zur Forschungszentrale abgeht, das dürfen die da drüben lustig verwalten, wie sie wollen. Und der ganzen Überschuss, der sich hier unten dann anstaut, kommt natürlich hier rein. Tolle Angelegenheit. Zumindestens mal das, was hier auf die zweite Seite des Bandes hingelegt wird, kommt zu 100% darüber. Was natürlich nicht schlecht ist, weswegen wir natürlich dafür sorgen müssen, dass hier unten diese ganze Reihe etwas... Ja. Mehr beliefert werden muss Kupfer. Mach ich mir noch nie so Gedanken. Brauchen wir auch vorsichtig. Okay. Einen Intelligenten. Der, bitteschön. Natürlich dran. Okay. Dann haben wir das zumindestens. Jetzt, Sattler. Wo ist mein... Ordnungssystem hierfür? Keine Ahnung. Einen Intelligenten. Du kannst aber gleich mehr Intelligente machen. Die werden wir dann auch noch ab... Ach, bräuchte ich eigentlich nicht. Und natürlich fehlt es wieder an Stahl. Wenn wir da auch, glaube ich, direkt dort abgreifen, weil wir brauchen nicht so viele Öfen immer. Dann hat sich das da unten nicht erledigt. Ja. Das gefällt mir schon mal. Guter Gedanke. Allerdings erst, wenn die Öfen soweit fertig sind und nicht zu weit rennen, das wäre von Vorteil. Ist ja eigentlich Schitteböne. Das können wir ja... Direkt in dieselbe Kiste dann hineinlatschen lassen. Müssen wir halt immer in die Kiste rein, aber das ist ja auch egal. So. Hier. Hier und hier. So. Du produzierst mir bitte... Von... Dienen. Immer so viel, dass da... Zehn Stück drinnen sind. Und als nächstes brauchen wir hier natürlich Backsteine. Und das ist jetzt das einzigste Problem, was ich habe. Dass ich hier unten keine Steine habe. Die müssen wir jetzt halt erstmal händisch holen. Aber egal. Und bevor ich jetzt dahinter laufe, schaue ich mal nach, ob wir da nicht hinterfahren können. Wäre eine geile Angelegenheit, oder? Ja. Mir würde es gefallen. Ich glaube euch ebenfalls. Gib mal her. Gib mal her. 22 Motoren hatten wir schon. Sehr schön. Bauen wir uns ein Auto. Den Rest der Teile bauen wir da rein. Den Treibstoff haben wir ebenfalls dabei. Und ab sofort heißt es, Kavo wird wohl so oft sterben, das geht gar nicht mehr auf eine Kuhhaut. Ne, komm. Das lassen wir mal im Inventar. Die Steine auch. Und... Ja. Autofahren. Autofahren ist eine lustige Angelegenheit. Einsteigen tut man mit Enter. Und dann fährt man einfach so durch die Gegend. Yay. Macht das nicht Spaß? Ja, Bäume sind da öfters im Weg. Und ja. Das war jetzt natürlich zu Demo-Zwecken. Man kann alles Mögliche kaputt fahren hier oben. Genauso wie die ganzen Fabriken. Also beim Autofahren muss man echt enorm aufpassen. Wenn nicht das erste Mal, dass ich irgendwo hängen bleibe, wo es dann wirklich extremstens wichtig ist. Vor allem diese Strommasten. Die fährt man sich gerne mal kaputt. Ins Wasser kann man übrigens nicht fahren. Ja, also da kennen die gar nichts. Ähm. Ja, sagen darf ich da auch wieder raus. Aliens kann man ebenfalls überfahren. Also alles geile Angelegenheit. Gehen wir mal mit Mauern her. Was sagt mein Stromverbrauch? Mein Stromverbrauch sagt, du bist doch ganz gut dabei. Okay. Oh. Glück, dass ich mal hier oben vorbeigeguckt habe. Sehr gut. Hier unten sieht es ebenfalls sehr gut aus. Was ist hier los? Wir sind auf 100 Grad. Also von daher soll es mir eigentlich egal sein. Ebenfalls sehr schön. So. Ja, und damit kommt man natürlich logischerweise schneller von A nach B. und, ähm, rentiert sich schon. Allerdings, man muss halt so ein bisschen umdenken dabei. W heißt halt immer noch nur Gas geben. Und alle anderen Tasten, naja, also es dann bremsen und, ähm, adi. Damit lenkt man dann halt hoch und runter, also. Nur es heißt dann halt nicht, jetzt, oh, ich fahre nach oben, drücke jetzt B. Und wenn ich jetzt hier in die, äh, die Richtung fahren möchte, dann nutzt es mir halt nichts, die zu drücken. Und dann drehe ich mich also in diese Richtung. Ich finde, das soll mir eine Maus anzeigen, ja. Man muss ein klein wenig umdenken dabei. Aber, okay. Gehört so dazu. Ich benutze das Auto übrigens am liebsten dazu, Bäume, äh, umzufällen oder Aliens zu überfahren. Macht Spaß. Wirklich. Tut gut. So. Ja, die Umleitung ist geglückt. Jetzt als nächstes brauchen wir natürlich wieder unsere Batterien dort unten. Ah, das wird halt so ein bisschen hässlich werden auf der anderen Seite. Jut. Was will ich machen anders da? Ich glaube da. Oben. Wenn es soweit ist, werden wir auch irgendwas anderes machen müssen noch, aber. Vorerst lasse ich das mal so. Okay, ich wollte ja noch Lasertürme haben, ne. Irgendwas ist hier faul. Ah, ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Da kann ja hier noch gar nicht anfangen. So, so und so, bitteschön. Das Ganze soll ich jetzt natürlich noch mit Strom versehen. Und wenn es hier unten ist, dann produzieren wir hier auch unsere ersten Üfen bald. Zusätzlich greifen wir hier nochmal erweiterte Schaltkreise ab, was eine sehr gute Angelegenheit ist. Jetzt hat Lasertürme, 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 Lasertürme. Lasst mich mal überlegen. Wenn ich die so machen würde. Ich brauche nicht viele. Ich brauche sie nur auf Lager. Ich brauche sie nur auf Lager letzten Endes für eine ganz gewisse Angelegenheit. Wo habe ich denn die her? Ach, Munition! Ähm, das habe ich gesucht. Ach, da wollte ich ja noch mal was überprüfen. Na, jetzt bleibt man mal dabei. Moment. Schadenserhöhung bei den Lasertürmen dürfte auch nicht verkehrt sein. So hin und letzten Endes so. Kupfer, das da. Da brauche ich nichts einstellen. Nicht Schiff und die da. Genau, dann habe ich ja eigentlich alles wieder so weit wie ich es brauche. Hier rein und der Rest ist ja dann Pille-Palle. Ähm, was ist somit schon denn schon? Hier oben rein und da rein. Also es würde wahrscheinlich schon eher sinnvoller sein, die elektrischen Schaltkreise irgendwie auf ein extra Förderband zu machen. Weil ich da auch mal gefragt worden bin, warum ich das so kompliziert löse. Äh, so im Nachhinein ja, aber mir macht das so mehr Spaß. Um das mal ganz kurz doch zu beantworten. Und dann, ähm, ja, wir müssen ja eh Strom verlegen. Also es ist ja Kaviose. Setzen wir das da hin. Und 34 Minuten. Ich glaube, das dürfte fast ein neuer Rekord sein. Gerade heute habe ich ja erst noch mal geschrieben. Irgendwann muss ich dafür sorgen, dass ich wirklich mal pünktlich fertig bin. Das dürfte allerdings wohl den wenigsten gefallen, oder? Ähm. Okay. Dann Lasertürme bitte herstellen. 50 Stück. Äh. 20 Düften lang. Ah, komm. Nee, 20, 20, 20 lang. 20 lang, so viele brauche ich da haben wir dann nicht. Nee. Gut, okay. Okay. Ich glaube, dann haben wir es soweit geschafft. Ähm. Der lädt ja eh schon raus, habe ich gesehen. Das gefällt mir doch gar nicht. Nee, nee, den schmeißen wir erst noch mal weg. Das... Der Waren soll ich da reinschmeißen? 8 Stück. Hallo. Es fehlt gerade erweiterte Schaltkreise. Helfen wir dem Ofen ein bisschen aus. Und dann soll es das für diesen Part auch schon wieder gewesen sein. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Baba. 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 Baba.